Bremen ist ein außergewöhnliches Bundesland. Der Stadtstaat liegt wie eine Insel innerhalb des großen Bundeslandes Niedersachsen. Es ist dabei nicht nur das kleinste der 16 Bundesländer, es besteht auch, im Gegensatz zu den Stadtstaaten Hamburg und Berlin, aus gleich zwei Städten, Bremen und Bremerhaven. Der volle Name des Bundeslandes lautet übrigens Freie Hansestadt Bremen. Bemerkenswert ist nicht nur, dass Bremen im Laufe der Geschichte alle deutschen Staatsgründungen miterlebt und mitgestaltet hat, sondern auch, dass es in der langen Zeit nur zweimal seine Eigenständigkeit verloren hat. Wie Bremen trotz seiner geringen Größe ein eigenes von Niedersachsen unabhängiges Bundesland werden konnte, schauen wir uns in diesem Video an. Der Name Bremen kommt wahrscheinlich vom altsächsischen Bremo, was so viel wie am Rand gelegen bedeutet. Die ersten Siedlungen auf dem Gebiet bildeten sich bereits vor dem 7. Jahrhundert, da man dort einerseits Zugang zur Weser, aber durch die Bremer Düne auch gleichzeitig Schutz vor Hochwasser hatte. Der eigentliche Grundstein wurde im Jahr 788 zur Zeit Karls des Großen mit der Gründung des Bistums Bremen gelegt. Der Sitz des Bischofs war die Domburg, in deren Umfeld sich ein großer und erfolgreicher Marktplatz entwickelte. Anfang des 14. Jahrhunderts erhielt der Ort dann erstmals Stadtrechte und damit ein eigenes Rechtssystem. Der Grundstein für den wirtschaftlichen Aufschwung wurde schließlich 1358 gelegt, als Bremen der Hanse beitrat, dem Handelsbündnis von Hafenstädten in Nord- und Osteuropa. Zweck der Hanse war der Schutz vor Piraten und der Vertretung gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen. Städte wie Bremen, Hamburg und Lübeck wurden so zu den Handelszentren Nordeuropas. Erst im 17. Jahrhundert zerfiel die Hanse durch die Folgen des Dreißigjährigen Krieges und der Reformation. Im Jahr 1646 wurde Bremen durch das Linzer Diplom des habsburgischen Kaisers Ferdinand III. zum ersten Mal zur Freien Reichsstadt im Heiligen Römischen Reich. Durch den Westfälischen Frieden wurde zwei Jahre später das Herzogtum Bremen geschaffen, das zunächst unter schwedische und dann unter dänische Kontrolle fiel, bevor es Teil des späteren Königreichs Hannover wurde. Die eigentliche Stadt Bremen hingegen widersetzte sich jeder übergeordneten Macht und behielt ihre Eigenständigkeit. 1803 kam es zum sogenannten Reichsdeputationshauptschluss, dem letzten großen Gesetz des Heiligen Römischen Reiches. Dabei wurde das Reich komplett umstrukturiert. Bremen war nun eine von sechs Reichsstädten, die ihre Souveränität behielten und nicht aufgelöst wurden. Im Jahr 1810 wurde Nordwestdeutschland dann von Napoleon annektiert und Bremen verlor zum ersten Mal seine Unabhängigkeit. Drei Jahre lang diente es als Hauptstadt des französischen Departements der Wesermündungen. Nach der Niederlage Napoleons wurde Bremen zu einem souveränen Stadtstaat im Deutschen Bund. Zu dieser Zeit hatte die Stadt hauptsächlich Probleme mit der Weser, welche den Zugang zur Nordsee ermöglichte. Der Fluss versandete zunehmend und war immer schwieriger zu befahren, was für die Hafenstadt natürlich katastrophal war. Die Lösung kam 1827, als man 60 Kilometer nördlich an der Wesermündung einen Vorhafen gründete, von dem aus Handelsgüter dann über Land nach Bremen gebracht werden konnten. Aus diesem Vorhafen sollte sich später die Stadt Bremerhaven entwickeln. 1867 wurde mit dem Norddeutschen Bund der erste deutsche Bundesstaat gegründet, in dem Bremen ein souveräner Teilstaat blieb und den Namen Freie Hansestadt Bremen erhielt. Dies änderte sich auch nach der Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871 nicht. Während der Novemberrevolution am Ende des Ersten Weltkrieges kam in Bremen ein Arbeiter- und Soldatenrat an die Macht, der 1919 die sozialistische Bremer Räterepublik ausrief. Doch nur einen Monat später wurde die Räterepublik von der beginnenden Weimarer Republik des Deutschen Reiches militärisch niedergeschlagen. Im Stadtstaat Bremen wurde eine neue Regierung installiert und eine parlamentarische Landesverfassung ausgearbeitet, die erstmals das Frauenwahlrecht beinhaltete. Im Nationalsozialismus verlor die Freie Hansestadt Bremen schließlich ein zweites Mal die politische Unabhängigkeit, nachdem die NSDAP in der Stadt an die Regierungsmacht kam. Durch das Gesetz über den Neuaufbau des Reichs wurde Bremen dem Reichsgau Weser-Ems unterstellt. Im Zweiten Weltkrieg kam es zu 173 Luftangriffen auf Bremen, wodurch 60 Prozent des Stadtgebiets komplett zerstört wurden. Eine britische Schlussoffensive beendete schließlich 1945 den Kampf um Bremen und im gleichen Jahr endete mit der deutschen Kapitulation auch der Krieg. Zunächst wurde Bremen genau wie der gesamte Nordwesten Teil der britischen Besatzungszone. Um den Amerikanern jedoch den Zugang zur Nordsee zu ermöglichen, machte man Bremen zusammen mit Bremerhaven zu einer amerikanischen Enklave innerhalb der britischen Zone. Dies ist der Hauptgrund, warum Bremen trotz der kleinen Größe heute ein eigenes Bundesland ist. Die Länder Westdeutschlands entstanden während der Besatzungszeit durch den Zusammenschluss ehemaliger Freistaaten. Die Freistaaten Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe sowie die Provinz Hannover bildeten 1946 das neue Land Niedersachsen auf dem Gebiet der britischen Zone. Als amerikanische Enklave wurde Bremen und Bremerhaven nicht Teil von Niedersachsen, sondern stattdessen zum eigenständigen Land Bremen, das der amerikanischen Besatzungszone zugeordnet wurde. Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949 wurde Bremen schließlich als eigenes Bundesland, getrennt von Niedersachsen unter dem Namen Freie Hansestadt Bremen eingegliedert.